Ich will mit Ihnen an dieser Stelle einmal kurz noch über die Rentabilität bzw. über die Rentabilitätsmaximierung sprechen. Wir haben ja bereits die Gewinnmaximierung sowohl formal hergeleitet, also mathematisch, als auch eben grafisch hergeleitet. Und jetzt kommen wir einmal noch ganz kurz eben zur Rentabilität. Dieses Thema möchte ich aber nicht ganz so ausführlich besprechen. Dazu einmal Gewinn gegenüber der Rentabilitätsmaximierung, was wir uns zuallererst anschauen wollen. Dann eben auf die Rentabilität im Allgemeinen und wie sie definiert ist. Und letztlich eben die Rentabilitätsmaximierung. Was bedeutet also, wenn ich Rentabilitätsmaximierer bin? Dazu ein kleines Rechenbeispiel. Mal angenommen, Sie geben mir 100 Euro und bekommen 25% darauf. Dann erhalten Sie einen Gewinn von 25 Euro. Geben Sie mir 1000 Euro und ich gebe Ihnen 5% darauf. Dann erhalten Sie einen Gewinn von 50 Euro. Wenn Sie jetzt von sich selbst sagen, ich bin Rentabilitätsmaximierer, so bleibt Ihnen nur die Wahl, die obere Option zu treffen, also die 25% zu wählen, obwohl Sie eventuell die 1000 Euro zur Verfügung hätten und maximieren zwar so die Rentabilität, haben aber selbstverständlich nicht Ihren Gewinn maximiert, denn dann würden Sie die zweite Option wählen und nämlich die 5% wählen. Es gilt also immer in den Wirtschaftswissenschaften, den Gewinn zu maximieren und eben niemals das Rentabilitätsmaximum zu erreichen. Wie kommt das? Es ist vor allem so, dass eben die Rentabilität eine prozentuale Zahl ist, also eine relative Zahl und der Gewinn eben in absoluten Zahlen ausgedrückt wird. Und daran müssen Sie denken. Also ist immer das Gewinnmaximum zu verfolgen. Kommen wir also zur Rentabilität. Wie ist die Rentabilität definiert? Die Rentabilität ist so definiert. Einmal wird sie mit Rx beschrieben und es bedeutet nichts anderes, als dass man den Gewinn durch den Kapitaleinsatz rechnet. Was hier nichts anderes in Buchstaben ist als Gx durch Kx. Hier nochmal eben kompakt geschrieben. Rx ist gleich Gx durch Kx. Achtung, eine kleine Anmerkung. Ihnen ist es vielleicht bereits schon aufgefallen, dass Kx stellt in diesem Moment nicht mehr die Kosten dar, wie wir es die ganze Zeit hatten, sondern es soll jetzt in diesem Fall eben den Kapitaleinsatz darstellen. Kommen wir also zur Rentabilitätsmaximierung. Und die Rentabilitätsmaximierung unterscheidet sich nicht von der Gewinnmaximierung. Wir müssen einfach nur die Rentabilitätsfunktion nehmen, diese ableiten und eben gleich 0 setzen. zu treffen. Wir müssen uns für den�eren Bora facauen.